Hallo Leute, herzlich willkommen zu der ersten Aufnahme mit Face Call, ich hab endlich gepackt, also die Einstellungen und der heute vom Nacktabend einer Challenge, ich versuche nicht zu lachen und 2017 würde ich sagen, let's go. Übrigens, ich habe 10 Leben und ja, ich versuche mit zu zählen oder ich gebe den hier bei Notizen ein und dann 10 und dann ähm, Ja, gehe ich immer weiter runter, wenn ich einmal lache. Wenn die 10 Leben und unzen, ist das Video vorbei. Was jetzt wird? Ah ja. Gut. Ich hätte nur noch neun Leben. Oh Mann. Okay. Interessant. Wie süß. Wie süß. Wie süß. Wie süß. Hier wird auch mal ein bisschen Grinst. Wie ihr euch gemacht habt, ist das nicht. Nur lautes Lachen, okay? Okay. Bei uns wird's das verlor machen, das ist gut. WOO quelquef töd. WTIF was geht hier ab und und das hat wehgetan oh ja ich weil er schon nicht gemerkt zu haben ja Was macht das Baby? Hehehe Okay 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 So abgelacht 8.00 abnehmen das gibt er gar das ist das nicht als Kind auch immer gemacht also ich bin jetzt noch ein Kind aber mittlerweile mag ich es nicht mehr wenn ich noch klein war das hat mich gerade nicht gezählt ich habe gesagt nur ich schlau das Lachen das ich erinnere mich an was ich habe als Kind als ich mein Vater von der Arbeit habe ich in seine Frühstück in den Croissant und jetzt hatte ich genauso Mund weil das gerade Lachen naja, nur aus dem Leben da ist Druck auf nein, überhaupt nicht das ist Oh, wow. das ist keine Werbung mehr das ist nicht von mir ich habe mich auch so gefolgt aber erst mal so ausrasten muss und so sind okay so will ich nicht ausklasse das ist immer die 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 Oh! Okay. I understand. What? I don't know. Okay, ich hab gelacht. Wow! Yo! Oh! Heh! Okay. Okay. Der hat sich erschrocken. Der hat sich erschrocken. 4 Leben. Oh, das wird lang und knapp. Oh. Eine Mission. Oh, das arme Hähnchen. Äh, ist es, wenn es in Amerika ist, ist es normal, dass es... Also, ich kann das gerne machen, wie weit das in Amerika, aber mir wäre das für das Kind zu riskant mit so einem großen Messer umzugehen. Also, ich... Nur wohl auch jeder seine Sache. Ich weiß, glaube ich, was passiert. Oh. Oh. Ähm. Gut. Oh. Warum hat das Kind einen Eimer auf dem Kopf? Oh. Ja. Ich kann mich nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr. Chabby, go! okay okay ich kenne das die Katzen in der Zeit und er hat einen Trend die Katzen erschrecken sich vor Wurken muss ich jetzt ich kenne das ich kenne das Leben zu und ich weiß das ich habe schon mal gesehen die 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 und und diese Kulis das ist auch um die ganze Zeit auf den Zeichen Kugel bis die Aufnahmen laufen und nicht bekommen Und dann guck ich halt, ob alles gut läuft. Wie gesagt, weil das halt meine erste Aufnahme ist mit Facecam, deswegen. Ach gut, kann ich aufstehen. Komm, komm! Ja, oh, oh! Okay, das war's! Ähm... Ja, ich hab noch drei Leben übrig. Also, ich hab siebenmal gelacht. Das ist ziemlich viel. Wenn ihr mehr davon wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, abonniert gerne meinen Kanal. Bis dann. Ciao, ciao, euer Robben.